Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute gibt es ein ganz besonderes Video. Meine Lieben, es wird heute ein Unboxing geben mit einer Verlosung für euch, ganz am Ende meines Videos. Deshalb, wenn ihr Lust darauf habt, bleibt sehr gerne dabei. Und falls es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch gerne. Hier unten ist es für euch kostenlos und ihr verpasst keins von meinen weiteren Videos. Ja, meine Lieben, heute geht es wie gesagt um ein Unboxing, einer ganz besonderen Box. Und ich selber kannte diese Box bis jetzt, muss ich sagen, noch gar nicht. Deshalb war ich sehr gespannt und habe natürlich zugesagt, als mir die Anfrage gestellt wurde, ob ich nicht für euch die Box auspacken möchte und auch eine Box an euch verlosen darf. Das fand ich ganz toll vom Unternehmen. Darüber freue ich mich auch sehr. Das heißt, ihr könnt auch am Ende meines Videos auch eine Box für euch gewinnen. Natürlich werden wir erstmal gemeinsam schauen, was denn in der Box drin ist. Auch ein paar Sachen natürlich als Randinformation für euch. Fairybox ist eine Box, die kann man im monatlichen Abo abschließen, ganz flexibel. Kündbar, am Kosten 19,90 Euro. Ihr habt einen Warenwert von 50 Euro drin. Es gibt aber auch Einzelboxen, die ihr bestellen könnt, wie jetzt in dem Fall die Achtsamkeitsbox. So heißt diese Box nämlich, die wir heute auspacken. Die Box kostet 24,95 Euro und ihr habt einen Warenwert von 80 Euro. Und das Tolle ist bei denen, als kleine Info für euch, auch ihr seht das schon, ist es recyceltes Kartonpapier. Die achten da wirklich auf Nachhaltigkeit mit den Lieferanten gemeinsam. Auch was die Farben angeht, es wird auf Biodruckfarbe zurückgegriffen. Und was auch ganz, ganz toll ist, was ich echt eine sehr, sehr tolle Eigenschaft fand, ist, dass die Boxen zusammengestellt werden von Menschen mit Hindernissen. Das heißt, ja, es ist wirklich komplett durchdacht, was mich sehr quasi abgeholt hat. Und ja, ich kann euch jetzt schon sagen, diese Box riecht schon aus der Verpackung raus. So toll. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Es ist natürlich eine Beauty-Box, aber natürlich auch eine Lifestyle-Box. Ja, da bin ich sehr gespannt, was drin ist. Das Schöne ist, ihr bekommt vorab natürlich so einen kleinen, ja, Spoiler. Das heißt, auf diesem kleinen Kärtchen, was ihr direkt am Anhang habt, steht natürlich auch schon, was quasi in der Box mit drin ist. Ich habe extra noch nicht reingeschaut. Aber das Tolle ist, hier habt ihr dann auch direkt die Preise. Und steht zum Beispiel direkt mit drauf, ob die Produkte auch vegan sind. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt gemeinsam, wie gesagt, starten. Wenn ihr diese Box gewinnen möchtet, also quasi eine Box für euch selber gewinnen möchtet, werde ich euch die ganzen Infos auch unten in die Infobox packen. Schaut da gerne vorbei. Macht sehr, sehr gerne mit. Unterstützt mit mir gemeinsam dieses Unternehmen. Was ich wirklich, die mich toll finde, ist, dass die, ja, wirklich ein bisschen besonders sind. Das ist das Tolle. Es ist einfach eine besondere Box. Und deshalb möchte ich jetzt gerne direkt auch starten. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Ihr seht das schon. Die war in einem, ja, recycelten Umkarton noch verpackt, als sie ankam. Und so sieht das Ganze dann einmal aus. Sie werden das jetzt gemeinsam öffnen. Ich mache erst mal hier oben das Kärtchen ab, was mit einer Schnur befestigt ist. Da können wir dann zwischendurch natürlich auch mal schauen, wie die Preise so sind der einzelnen Produkte. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt einmal das Kärtchen oben abgenommen. Und zwar ist das, wie gesagt, die Achtsamkeitsbox. Und ja, das Thema Achtsamkeit ist ein sehr wichtiges Thema, auch für mich selber, muss ich sagen. Denn es ist ein Thema, was um unser Bewusstsein geht. Und wir sollten uns einfach bewusst machen, wo wir gerade sind und wo wir uns befinden. Und auch ein bisschen auf unser Inneres hören. Das ist echt so ein Punkt, was mich sehr, sehr abgeholt hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese toll duftende Box. Sie kommt einmal so daher, wie gesagt. Und ja, auch ja, die sieht schon mal sehr süß verpackt aus. Sie kommt mit einem rosanen, ja, quasi Papier. Sehr cool. Das hat mich schon mal sehr überzeugt. Ihr wisst, dass ja, Rosa ist meins. Und sie sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus. Wir nehmen jetzt das erste Teil heraus. Und ich bin sehr gespannt, was das ist. Ja, ein Produkt, das sieht aus wie ein Duschgel. Genau, Duschgel, Showergel, sensitive für empfindliche Haut mit Alge und Meersalz. Ist komplett vegan. Pure Elements mit Alge und Seesalz. Ist ein Bio-Produkt von der Marke. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gron. Ist auch eine tolle Größe. Ist auf jeden Fall ein großes Produkt. 200 ml sind drin. Ja, das Duschgel ist angereichert mit Chlorella-Algen-Auszug, Meersalz, Saatgerstenwasser, Ringelblumen-Blüten-Auszug, Zitronen-Melissen-Blatt-Auszug. Also das ist schon mal toll. Ist ein ganz sanftes Duschgel. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das klingt schon mal sehr gut. Oh, das duftet auch sehr, sehr gut. Also es ist richtig toll. Das finde ich schon mal sehr cool. Und zum Preis dieses Produkts, da gucken wir natürlich auch mal direkt. Das kann ich euch auch sagen. Also wie gesagt, die Box kostet 24,95 Euro. Ist eine Einzelbox, aber ihr könnt sehr gerne auch das Abo abschließen mit 19,90 Euro. Da habt ihr auf jeden Fall auch einen Warenwert von 50 Euro. Und in dem Fall haben wir sogar bei dieser Box einen Warenwert von 80 Euro. Was echt sehr cool ist. Und das Duschgel hat einen Preis von 5,95 Euro, meine Lieben. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Ich greife einfach hier so rein. Und zwar ist das ein... Oh, das hört sich aber toll an. Aloe Scents Sternenstaub Lavendel und Weißtandes Spray für Aura und Sinne. Natürliches Bodyspray. Das klingt ja mal richtig toll. Kann man mich auch dran riechen? Ja, das riecht auch toll. Riecht ein bisschen kräuterig, aber hat eine würzige Note mit drin, was ich ja sehr, sehr gerne mag. Also es riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Und genau, ist ein Produkt, der ist, genau, das ist auch in Deutschland hergestellt. Bestandteile sind ätherische Öle. Das riecht schon mal ganz toll. Kann ich mir vor allem so für morgens, wenn man aufsteht, gut vorstellen. Oder auch abends, wenn man schlafen geht. Einfach so ein bisschen auch runter zu kommen. Also es riecht sehr, sehr cool. Und das Spray hat einen Warenwert von, da gucken wir auch direkt, das ist das Aloha Spray. Das hat einen Warenwert von, ich will euch nichts Falsches sagen. Wo haben wir es denn? Es sind so viele Produkte drin, ich muss es erst mal suchen, meine Lieben. Hat einen Warenwert von 14,90 Euro. Und das Tolle ist, es steht dann auch mal so ein bisschen was zu den Produkten dabei. Deine Gedankengefühle kurz vor dem Einschlafen haben starken Einfluss auf deine Schlafqualität. Das ist halt das Tolle, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das wirklich so für quasi zum Schlafen gehen ist. Genau. Negativen Stress, nicht mal an dich heranlassen. Finde ich richtig toll. Ich mag ja Bodysprays. Und wenn das dann noch so eine Wirkung hat, ist es natürlich doppelt toll. Also es ist schon mal ein sehr cooles Produkt. Dann haben wir als nächstes eine Moisturizing Body Creme mit Camomilla. Das ist ja Camilla von der Marke Bio Lady. Sehr cool. Ja, und das ist auf Italienisch. Eco Bio Organic. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Da gucken wir dann auch direkt rein. Das sind jetzt in dem Fall 50 ml drinne. Dass ich euch direkt sagen kann, was es da geht bei diesem Produkt. Das ist echt schön, dass das hier so gut erklärt ist. Weil jetzt in dem Fall zum Beispiel, gerade wenn ihr so Bestandteile habt mit Kräutern und so, dann wisst ihr dann auch direkt, wofür das Ganze hilft. Genau. Zu achtsam gehabt gehört auch die Dankbarkeit. Bedanke dich mal mit deinem Körper dafür, dass er dich treu begleitet. Also echt sehr süß gemacht. Und das hat einen UVP-Preis von 4,50 Euro, das Creme-Produkt. Ist eine italienische Körpercreme. Reich an pflanzlichen Ölen, Feuchtigkeitsspenden, Inhaltsstoffe. Klingt auf jeden Fall auch toll. Werde ich auf jeden Fall auch probieren, meine Lieben. Dann haben wir als nächstes, das hat mich auch schon angelacht. Ein Produkt, Brennnessel, Zitrone, Kräutertee-Mischung. Ich habe eine Zeit lang sehr gerne Brennnessel-Tee getrunken, aber mit Zitrone habe ich es noch nie probiert. Ja, das riecht aber auch gut. Ich habe spritzig, dieser Tee tut uns gut. Genau, ist auch ein Bio-Produkt natürlich. Und ja, Brennnessel-Zitrone ist eine Kräutertee-Mischung, ganz klassisch. Auf jeden Fall toll. Lebensbaumtees werden umweltfreundlich verpackt. Also ist wirklich auf jeden Fall auch bei den einzelnen Produkten auch drauf geachtet, dass es alles wirklich Naturprodukte sind. Das sind auch Naturkosmetik-Produkte. Und ich sage euch auch eben, was der Tee kostet. Der hat einen Preis von, ja, 2,49 Euro. Das ist relativ günstig, finde ich. Also muss ich wirklich so sagen. Für die kleine Auszeit zwischendurch. Genau, beobachte das, was der warme Tee mit deinem Körper macht und genieße das Tee trinken. Also auch diese kleinen Botschaften sind echt sehr süß gemacht. Dann haben wir als nächstes ein Produkt von der Marke Yumi Mai. Das klingt auch sehr interessant. Handcreme für Night. Huangki Lemongrass. Oh ja, Lemongrass mag ich sowieso ganz gerne. Ich schnuppere auch mal direkt dran. Oh ja, das riecht sehr angenehm. Riecht ein bisschen nach Zitronen natürlich auch, aber es riecht wirklich sehr angenehm. Es ist nicht zu zitrisch. Und genau, basiert auf einer nachweislich zellverjüngenden chinesischen Astragalus-Wurzel. Sehr, sehr cool. Gucken wir auch, was das Produkt kostet. Das ist, wie gesagt, ein asiatisches Produkt, aber wird auch in, ich gucke mal eben, wo es hergestellt wird, auch in Deutschland hergestellt. In Engelskirchen. Man glaubt es kaum. Das ist ganz in der Nähe von mir. Was für ein Zufall. Also Engelskirchen ist von mir nicht sehr weit entfernt. Das ist ja cool. Also es ist wirklich auch, was die Produkte angeht, es ist echt ziemlich interessant. Genau, das ist eine Yumimai Nachthandcreme. Sind 40 ml drin. Hat einen Preis von 12,90 Euro. Und gerade für abends, wie das auch Abendritual ist, sind mindestens genauso wichtig wie Morgenroutinen. Und helfen dir dabei, den Tag abzuschließen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall sehr interessant. Und vor allem, dass das Produkt aus meiner Nähe kommt, finde ich ja noch cooler. Also sehr cool. Dann haben wir hier ein kleines Produkt. Wirkschaftskosmetik aus dem Meer. Sehr cool. Oceanwell glättende Augencreme. Das kann ich auch sehr gut gebrauchen. Maritime Naturkosmetik. Wird in Kiel hergestellt. Also es ist auch sehr, sehr cool gemacht. Und kann man sogar als Lippenpflege benutzen. Soll sogar für Schwellungen helfen. Das interessiert mich auch mega. Da bin ich gespannt, was das kostet. Weil wir wissen ja alle, was gute Augencreme kostet. Und in dem Fall haben wir auch noch ein Naturkosmetikprodukt, was aus Deutschland kommt. Was natürlich mega ist. Das ist 28,50. Völlig in Ordnung. Finde ich sehr, sehr cool. Eine extra Portion Achtsamkeit wünscht sie sich. Besonders zarte, empfindliche Hautpartie um die Augen. Auch als Lippen Spezialpflege zu benutzen. Bei sprühten Lippen. Sehr cool. Finde ich auch mega. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Werde ich auch dazu auf jeden Fall demnächst berichten. Dann haben wir als nächstes ein Produkt. Das nennt sich White Raspberry Leaf Water. Ja, wilde Himbeere. Von der Marke Dabba Organics. Und zwar ist es das. Ah, ein Balancing Toner for Normal and Combination Skin. Perfekt. Also für normale und Mischhaut. Ein Toner mit wilder Himbeere. Leaf Water. Sehr cool. Hört sich auch sehr interessant an. Sind drinne. 30 ml. Von Toner auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, das kommt auch als Sprühkopf. Genau. Ihr könnt es auch nochmal erkennen. Und da bin ich auch gespannt, was das kostet. Das klingt auch sehr interessant. Und zwar. Ja, ihr seht das. Es sind echt viele Produkte. Deswegen muss ich einmal reinschauen. Da ist es nicht mit drauf. Da haben wir es auch nicht. Und zwar ist das wilde Himbeerblätter Hydrolat. Also wirklich sehr cool. Das ist für so zwischendurch mal zum Aufbrühen. Das ist halt ein Toner für Heiz- und Dekolleté. Und kostet 6,90 Euro. Die sind alle vegan, die Produkte. Finde ich auch sehr cool. Also es ist wirklich auch mit veganer Biodruckfarbe dieses Blättchen gemacht. Also die achten da wirklich auf jedes Detail. Sehr interessantes Produkt. Werde ich definitiv auch ausprobieren. Für die kleine Auszeit und zwischendurch. Dann haben wir hier, ja, sehr cool, als nächstes, ja, das ist auch das letzte Produkt. Und da sind auch noch ein paar kleine, ja, kleine Sachen mit dabei. Ah, das sind genau nochmal so kleine Zettelchen, Informationszettelchen zu den einzelnen Produkten. Zu den einzelnen Marken. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Genau, hier könnt ihr nochmal alles nämlich so ein bisschen nachlesen. Wenn ihr Infos zu den Produkten braucht. Auf jeden Fall ist das letzte Produkt, ja, Räucherstäbchen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ayurvedische Räucherstäbchen. Incense Sticks Art of Healing. Das klingt ja schon mal toll. Sind, wie gesagt, alles Naturprodukte. Und auch das ist in Deutschland hergestellt. Und, ja, da sind wie viele Stäbchen drin, ne? Da wollen wir auf jeden Fall mal schauen. 15 Gramm sind drin. Also ist das schon mal sehr cool. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich mag Räucherstäbchen sehr gerne. Und die Räucherstäbchen kosten 3,90 Euro. Super Preis auch. Ja, wenden wir uns nun der Welt der Düfte zu. Düfte stimulieren unsere Sinnesreizen. Damit unsere Wahrnehmung. Verwandle dein Zimmer in eine Wohlfühloase. Also ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Also muss ich ehrlich zu sagen. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich finde die Produkte alle interessant. Ich habe für alle eine Verwendung. Ich werde sie auf jeden Fall benutzen. Vielleicht werde ich das eine oder andere auch einer lieben Freundin schenken, damit sie sich mit mir zusammen daran erfreuen kann. Aber ich werde auf jeden Fall die Produkte ausprobieren. Und wenn man überlegt, alles zusammen hat jetzt 25, also 24,95 Euro gekostet in diesem Paket. Und ich habe wirklich wertvolle Produkte, sehr gute Naturprodukte, die man wirklich gut gebrauchen kann. Was auch ganz wichtig ist, es ist ja eine Box und es sind alles Originalgrößen. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Das sind wirklich super große, große, gute Größen. Vor allem zum Beispiel bei der Augencreme auch. Also in dem Fall muss ich wirklich so sagen, auf die bin ich auch sehr gespannt. Das ist ein tolles Produkt. Das klingt auf jeden Fall super. Werde ich ausprobieren. Freue mich total darüber, dass ich diese Box jetzt mal kennenlernen durfte. Und ihr mit mir gemeinsam, dass ich sie euch vorstellen durfte. Und ihr könnt natürlich euer Glück sehr gerne versuchen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei denen auf der Seite vorbeischaut. Die haben eine sehr, sehr tolle Homepage auch. Ich werde euch alle Infos in die Links unten in die Infobox packen. Darüber kommt ihr direkt auf deren Seite. Könnt euch gerne auch ein bisschen belesen zu dem Unternehmen und auch zu den einzelnen Produkten. Schaut da gerne bei denen vorbei. Ansonsten macht alle sehr, sehr gerne mit bei diesem Gewinnspiel auch, dass ihr eine Box für euch ergattern könnt. Und wenn ihr interessiert seid und sagt, ja, das ist total mein Ding, dann denkt auch gerne mal bei einem Abo nach. Weil das Abo ist das Tolle. Das ist flexibel und kündbar. Immer zum 20. des Monats. Und die Box kostet 19,90 Euro. Und ihr habt wirklich, ihr seht das ja qualitativ, tolle Produkte mit drin. Ja, meine Lieben, das war schon mein Unboxing der Fairy Box für euch. Der Achtsamkeitsbox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde natürlich auch interessieren, wie euch die Produkte gefallen haben. Was ihr zu dieser Box sagt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und macht alle, wie gesagt, sehr gerne beim Gewinnspiel mit. Ich drücke euch ganz fest und freue mich, wenn wir uns gemeinsam im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut.